Naja, wenigstens muss ich nicht mehr von ganz Anfang an fangen. Nur noch kurz die Typen kalt machen. Dann mach ich mich dann in den Helikopter. So. Oh Gott. So. Sind kaputt. Jetzt ist hier noch ein BTA. Jawoll. So, jetzt schnapp ich mir den Helikopter. Wo ist der? Boah. Nicht doch. Wow. Ich komm hier nicht durch. Oh nein, ich häng fest. Und ich kann nicht springen. Oh nein, Grafikfehler. Ach komm schon. Ach, zum Glück, da geht's lang. Okay, Achtung. Da kommt er wieder. Boah. Der macht echt alles platt. Deckung. Lynch, geh in Deckung. Und ich bin doch der Karäter. Ich bin doch der Karäter. Das ist doch der Karäter. Damit wirst du nicht durchkommen. Ich bin der Karäter. Ich hab nichts gestohlen. Ich hab sie nicht zu mir gelassen. Oh. Oh, Lynch. Ich muss dich retten. Oh, fuck. Junge. Ich brauche Hilfe. Ich hab dir doch einen reingehauen jetzt. Ohne Witz. Blöder Penner. Markiere doch nicht so. Wo ist der? Da kommt er. Und der Schiedsraketen. Wow. Wo ist der? Da kommt er. Boah, ich hab ihn erwischt. Nein. Aber ich bin tot. Ah. Überdosis. Nein. So nah am Ziel, Alter. Ich sterbe. Ihr blöden Scheißpenner. mit eurem Drecks-Hubschrauber. Guck mal, wie behindert ihr seid. Ihr merkt nicht mal, wenn ich euch flankiere. Oh Gott, Alter. Das ist echt sacke schwer. Hier stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Also, das Level hat's in sich. So, das war's. Komm, hubschraub, schraub, 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 schraub. Wo bist du? Oh Mann, Raketenwerfer bringt nicht viel. Oh Mann, Raketenwerfer bringt nicht viel. Ich kann's ruhig, Mensch. Und gehen aus hier. Oh Mann. Hey, Mensch. Ha, ihr werdet es nicht glauben. Pepper hat ein paar Zähne mal. Oh, die Alper hat den Helikopter runter. Ja, na klar. Ich hol schnell den Helikopter runter. Nichts leichter als das. Nur, dass der Scheiß-Helikopter Raketen hat. Warte mal. Egal. Oh. Oh, Junge, Junge. Na komm. Jetzt brauch ich wieder eine gute Deckung. Scheiße, 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 scheiße. Komm her, Lynch. Ja, halt mich. Jawohl. Volle Kanne, Alter. Echt. Volle Breitseite hab ich ihn erwischt. Komm, was macht... Jetzt schießt er auch noch auf mich, der Volltrottel. Verdammter Verräter. Ach, ein Königreich für einen Koop-Partner. Komm, steh auf. Vorsichtig. Hast das Zeug nicht zu oft, nicht okay? Ja, wenn du... Vollpfosten mich umschießt, weißt du? Komm. Uah. Puh, das war auch knapp. Ah, Deckung. Deckung am Haus. Alles klar. Was macht der denn? Der ist der größte Vollpfosten, wo es doch gibt, Alter. Ohne Witz. Ich komme. Ja, ja. Ja, dann komme ich jetzt. Echt. Stell dich an die Wand. Und... Oh, bitte. Echt, jetzt geht das auch gerade nicht. Nee, jetzt nicht. Was macht der denn? Wo ist der scheiß Hubschrauber? Hä? Kommt der nicht? Doch, der kommt doch. So. Und nun? Er brennt. Er raucht, besser gesagt. Aber ich habe keine Munition mehr. Boah, mal da. Verpiss dich, du verfickter scheiß Helikopter. Ach, mit einer Pistole, Alter. Damit richte ich doch nichts an. Ah, nichts mehr. Da ist noch die letzte. Jetzt muss ich echt aufpassen. Wo ist er? Er kommt! Oha. Okay, du lebst noch. Ein Wunder. Geh auf die Seite. Ach, nö. Jetzt kommt der auch noch von hinten, der scheiß Helikopter. Okay, er kommt. Geh auf die Seite. Wenn ich ihn jetzt erwischt, ist er tot. Die Spannung steigt. Was? Doch nicht. Er schießt wieder. Geh weg! Fahrt zur Hölle! Ja! Hahaha! Wuhu! Wuhu! Juge, Emotionen! Oh, was ist das schon wieder? Da geht es schon wieder ab. Oh, ich habe es aber geschafft. Komm, komm, komm! Lass uns reingehen! Wie? Lass uns reingehen! Achso. Lass uns reingehen! Lass uns reingehen! Lass uns reingehen! Lass uns reingehen! Emotionen gehen gerade in mir hoch. Verteilt euch! Verteilt euch! Wir müssen durch den Seiteneingang! Wow! Ja, ich habe es aber noch nicht geschafft. Aber keiner überlebt! Wie soll ich das schaffen? Oh! Oh! Oh, jetzt fährt der Panzer auch noch über mich. Nur, dass ich dich nie kennengelernt habe. Du wirst alles verstanden. Lynch ist auch tot, oder wie? Ich habe leider nie verstanden. Ach Gott. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder diesen scheiß Helikopter machen.